Guten Morgen! Schön, dass du reinschaust. Heute machen wir gemeinsam den 3. Dezember auf. Heute ist Sonntag und heute ist der erste Advent. Also machen wir auch ein Lichtlein an für den ersten Advent. Ich bin ganz gespannt, was wir heute im Kalender haben. Wir haben ein Stückchen weißes Band und wir haben ein bisschen Kordel in Gold und Rot. Sehr süß. Sehr schön. Da bin ich gleich gespannt auf morgen.